Zur Information der Oma präsentieren wir den ersten Teil unserer Nachrichtenserie, die über das religiöse Leben im Palast von Präsident Recep Tayyip Erdogan berichtet. Unser Präsident, Recep Tayyip Erdogan, öffnete die Hadith-Bücher und wählte einen Hadith aus, wie er es jeden Morgen tat, wenn er im Palast war. Dann rief er den Klerus an und las den Hadith. Abu Daboud, Gebet, Hadith Nummer 493 Der Prophet sagt Bete nicht auf Kamelbetten, weil Kamele Teufel sind. Bete in Schafstellen, weil sie Segen sind. Nachdem er den Hadith fertig gelesen hatte, schrie er auf. O Geistliche, o Gelehrte, was ist die Erklärung dafür? Daraufhin begann der mit dem längsten Bart und der seltsamsten Verkleidung des Klerus zu sprechen. Kamele sind die Leute des Teufels. Denn wenn ein Kamel den Teufel sieht, wiedet es mit dem Schwanz und geht vor Glück wie ein Krebs. Dann spuckt das Kamel dem ersten Gläubigen, den es trifft, wie ein Lama ins Gesicht. Er hegt Groll gegen Gelehrte und tritt sie. Das Kamel ist so ein unerrenhaftes und ungläubiges Tier. Der Platz des Kamels ist in der Hölle, wie bei jedem Ungläubigen, im Kessel neben dem Ungläubigen, auch bekannt als Abujal, dessen Platz in der Hölle ist. Daher werden Gebiete nicht auf Kamelbetten verrichtet. Ist es erlaubt, auf Kamelsofas zu beten? Es ist auch nicht zulässig. Andererseits ist der Charakter der Schafe wie der Charakter des Gläubigen. Das Beten in einem Schafstall ist eine Tugend, weil Schafe Freunde Allahs sind. Mit anderen Worten, wo es keine Moschee gibt, ist ein Schafstall eine Moschee. In einer solchen Situation ist es Pflicht, im Schafstall zu beten. Das Schaf ist mit seinem Temperament und Charakter sowohl in den Augen Allahs als auch in den Augen der Gelehrten eines der am meisten respektierten Geschöpfe. Wie es im Hadith heißt, bringt das Beten in einem Schafstall Siegen und Fülle. Als Recep Tayyip Erdogan diese Aussage hörte, ließ er alle Kamel in den Scheunen des Palastes töten und 5000 der teuersten Schafe aus Argentinien holen und in seinem Palast unterbringen, um den hohen Lebenshaltungskosten in seinem Land ein Ende zu bereiten und Fruchtbarkeit zu steigern. Danach fing er an, jedes Gebiet, das er ohne die Versammlung verrichtete, unter den Schafen zu verrichten. Gerüchten zufolge bieteten die Menschen in den Heimatstätten von ihm und seiner Frau und führten traditionelle naherstliche Tänze mit der Freude auf. Denn sie werden höchstwahrscheinlich mindestens 1666 Staatsmänner in naher Zukunft in den Palaszenten, aufgrund der Kriterien, drei Schafe oder Ziegen zu hüten, was als ausreichende Bedingung für einen Staatsmann angesehen wird. Präsident Recep Tayyip Erdogan fütterte die Schafe mit speziellen Orchideen, die von der Firma eines Verwandten in den Niederlanden importiert wurden, nur um Allahs Willen. Präsident Recep Tayyip Erdogan, der mit seiner Frau sein Dorfleben in der Stadt wieder aufnahm, liebte glücklich bis zur nächsten Wahl oder den blutigen Aufstand der vom Hunger verwüsteten Menschen, trotz der patagonischen Schafpestepidemie im Palast. Untertitelung des ZDF, 2020